Beginne auf der Startseite und navigiere mit dem Mauszeiger über dein Profilbild. Es öffnen sich mehrere Optionen und du klickst auf Einstellungen. Im Bereich Konto klickst du auf den Button Neue E-Mail-Adresse hinzufügen und fügst die zusätzlich gewünschte E-Mail hinzu. Mit Speichern bestätigst du deine Eingabe. Nun ist eine E-Mail unterwegs, um die Verifizierung abzuschließen. Jetzt muss nur noch der Button in der Bestätigungsmail geklickt werden und wie du sehen kannst, ist jetzt ein neues Mitglied auf dem Marktplatz.